In dieser Folge möchte ich über den Werkzeugkoffer sprechen und da im Speziellen habe ich mir gedacht das Thema Kommunikation herausgreifen. Du hast vorher schon gesagt, ja, ein Werkzeugkoffer, das ist immer eine gute Sache. Es gibt immer etwas, an dem man feilen kann und das heutige Thema Kommunikation soll sich darum drehen, wenn du kommunizierst, wenn du in einem Meeting bist, du musst immer kommunizieren. Und da gibt es halt viele Themen, über die man da ein bisschen sprechen kann. Wie sehr hast du das am Schirm? Hast du selber aufgepasst zu dem Thema? Aha, ja, genau das. Also hast du da viele Füllwörter drinnen? Hast du da Bindewörter drinnen, die dort eigentlich nichts verloren haben? Und wie gut gehst du damit um? Ist das ein Thema, was eine Stärke ist von dir? Ist das ein Thema, an dem du vielleicht ein bisschen arbeiten solltest? Ja, genau. Der Punkt ist daher der Wesentliche, dass es immer etwas gibt, wo man sich verbessern kann oder woran man arbeiten kann. Und im Endeffekt reden wir viel über Reflexion und das gehört ja auch irgendwie dazu, dass ein Werkzeugkoffer füllt sich ja durch diese Selbstreflexionsprozesse, die man als Führungskraft auch durchgehen muss, weil man ja ständig irgendwie neue Teammitglieder hat oder neue Aufgaben, neue Projekte. Und dementsprechend muss man sich in dem Prozess auch immer irgendwie selbst bei der Stange halten. Und über Kommunikation haben wir ja schon vor ein paar Wochen einmal eine Folge gemacht, so als grundlegendes Verständnis, als Führungskraft, was es dann heißt zu kommunizieren oder wie du es auch gesagt hast, nicht zu kommunizieren, was es ja effektiv dann nicht gibt als Führungskraft, weil man immer irgendwas aussendet. Und da hast du zwar Meetings gebracht, aber ich würde vielleicht generell wieder beginnen mit dieser E-Mail- oder Chat-Kommunikation, wo man selbst da schon eigentlich sehr gut in die Materie gehen kann, wie man denn kommuniziert oder dass man sich das selber erstmal evaluiert in seinem eigenen Schreiben sozusagen. Weil dann natürlich die erste Frage, die wir uns da vermutlich sowieso wieder stellen würden, ist, ist es überhaupt notwendig, E-Mails zu schreiben an das Team oder ist es überhaupt notwendig, Chat-Kanäle voll zu spammen sozusagen als Führungskraft? Und das sind ja schon mal eigentlich erste so Selbstreflexionsgänge, die da losgetreten werden, wo man schon in das richtige Mindset kommt, um tatsächlich sich mal diese schwierigeren Fragen zu stellen. Vollkommen richtig. Weil ich denke mir oft, es liegt so nahe, irgendwie mal eine schnelle Nachricht hinauszuschießen. Und dann aber solltest du schon irgendwie mit in dich gehen. Ja, okay, im Team, wie ist das eigentlich? Jedes Mal, wenn du schießt, du bist der Chef von der Runde. Also werden die meisten Mitarbeiter sich denken, naja, puh, ist eine Nachricht vom Chef, da sollte ich vielleicht dann schneller antworten etc. Und wie sehr, wie viel Unruhe bringst du da hinein, indem du einfach mal schnell zwischendurch Nachrichten schickst, weil du dich einfach selber nicht irgendwie am Riemen reißen kannst und dadurch die Produktivität von deinem ganzen Team heruntersetzt. Also ich glaube, das ist sehr wichtig, diesen Impuls nachzugehen oder diesen Impuls dann nicht vielleicht eben nicht nachzugehen, sondern für dich, für den, wie du gemeint hast, für den Werkzeugkoffer aufnehmen und sagen, ja, okay, eigentlich schicke ich 15 Mal am Tag gar eine Chat-Nachricht raus und vielleicht könnte ich das für mich selber irgendwie vorher sammeln und dann das gesammelt hinausgehen, weil wahrscheinlich ist es oft nicht so wichtig, wie man im ersten Schritt glauben würde. Was ich da vielleicht auch gleich einwerfen würde, bevor wir zu tief hineindringen in das Thema, ist, dass da die Idee nicht ist, dass man das jeden Tag machen muss, diese Evolutionsschritte, weil dafür reicht die Zeit dann auch nicht. Also man hat ja genug andere Führungsaufgaben, die da prioritätstechnisch höher sind, als quasi diese detaillierte Selbstreflexion zu machen oder diese Analyse dieser Kommunikationsprozesse zu machen. Was aber, glaube ich, uns immer wichtig ist, ist einfach dieses Mindset zu haben, dass ja, auch darüber kann ich mehr nachdenken, auf darauf kann ich achten, was denn da passiert in dieser Chat-Kommunikation und da hast du jetzt den Prozess ja sehr gut beschrieben. Es geht nicht darum, dass ich jetzt dann sofort mir überlege, war diese Chat-Nachricht überhaupt notwendig, sondern dass man nach einer gewissen Zeit mal vielleicht sich überlegt, okay, wie funktioniert jetzt dann unser Chat-Programm in unserer Zielerreichung vielleicht in dem Quartal. Dann fahre ich vielleicht im One-on-One-Gespräch in meine Teammitglieder, wie sie quasi meine Aufdringlichkeit quasi wahrnehmen, wie du es jetzt sehr gut gesagt hast. Ja, wenn irgendwie der Chef eine Chat-Nachricht schreibt, dann werden vielleicht Alarmglocken läuten bei manchen Teammitgliedern, was man ja auch nicht möchte, sondern man möchte ja, dass die quasi dann konzentriert arbeiten und nicht sofort rausgerissen werden oder nicht vielleicht diesen sofort emotional irgendwie vom Stress gepackt werden, nur weil sie sehen, dass der Chef irgendwas geschrieben hat, auch wenn vielleicht drin steht, ich hoffe, ihr habt alle einen guten Tag heute, aber das hat beim anderen quasi schon nicht so gewirkt, weil einfach immer sieht, oh, der Chef schreibt. Also quasi diese Prozesse dann irgendwie zu durchblicken und auf individueller Ebene mit den Teammitgliedern zu besprechen. Und das reicht aber natürlich einfach in unregelmäßigen Abschnitten zu machen. Also es muss nicht unbedingt Teil jeden Tages sein, würde ich sagen. Ja, ich glaube, das kann man ganz genau so sagen, weil es ist ja natürlich wichtig, wie du sagst, du kannst nicht einfach in jeder Ding, was du tust, so puh, habe ich das jetzt richtig gemacht? Habe ich das jetzt falsch gemacht? Habe ich das jetzt besser machen können? Da wirst du wahrscheinlich verrückt werden letztendlich. Aber es geht schon darum, in diesem Tun irgendwie für dich selber Auffälligkeiten zu bemerken. Wenn du einfach gerade irgendwie merkst, so, also heute kann ich es aber wieder im Chat, das ist irgendwie gefühlt die 200. Nachricht, die ich heute schon geschickt habe, dann wäre das so ein Zeitpunkt, wo man sich mal denken könnte, so, hm, wie läuft das eigentlich? Mache ich das hier richtig? Und ich glaube, dasselbe gilt eben auch für die gesprochene Kommunikation, also zum Beispiel in deinen Meetings. Und da könnte man sagen, es ist ganz einfach heutzutage bei Online-Meetings zum Beispiel nebenbei einmal etwas mitzuschneiden, mitlaufen zu lassen und aufzunehmen und sich dann einfach in einer ruhigen Minute einmal so einen Teil einer Besprechung, die du geleitet hast, anzuschauen und dann ganz genau zu hören, okay, wie funktioniert das? Wie bringst du die Agenda-Punkte, wie bringst du Themen hinein? Hast du irgendwie die Führerschaft über dieses Meeting, was ja oft sehr schwierig ist, weil du hast den einen Hut, du bist die Führungskraft und du hast den anderen Hut, du bist Moderator in dieser Besprechung. Eine Situation, die man bei wichtigen Besprechungen oft vermeiden sollte, weil es einfach Interessenskonflikte natürlich gibt innerhalb dieser Rollen. Aber dann eben auch diese Frage von, okay, und wie genau machst du das jetzt? Wenn du sprichst, sind das Gedanken, die man nachvollziehen kann? Versteht man die Botschaft dahinter, was man möchte? Fangst du an zum Jammern? Fangst du an zum, ich weiß nicht, sofort über alle drüber zu fahren? Nimmst du Feedback auf, was da kommt? Nimmst du andere Gedanken auf, die da kommen? Also da gibt es ja viele, viele Aspekte, auf die man dann eingehen kann. Ich glaube, da hast du jetzt die wichtigsten Punkte eigentlich erwähnt, weil es geht primär gar nicht darum, dass man zu einem Sprechtraining sollte, um wirklich seine konkrete Sprache zu verfeinern, sondern primär geht es um genau die Dinge, die du jetzt erwähnt hast, nämlich wie funktioniert denn Kommunikation mit mir und meinem Team? Und da sind jetzt quasi diese sprachlichen Dinge noch gar nicht so wichtig, würde ich sagen. Es geht eher darum, lasse ich meine Teammitglieder ausreden? Stelle ich Rückfragen? Nehme ich Feedback auf? Moderiere ich sinnvoll? Oder wie du sagst, erfahre ich über alle drüber oder lasse ich da Fragen gar nicht zu? Also da geht es jetzt gar nicht in erster Linie, geht es gar nicht darum mit, wie formuliere ich Sätze? Spreche ich zu schnell, zu langsam? Habe ich viele Pausen? Wie auch immer? Sondern erst mal, wie passiert denn überhaupt die Kommunikation in einem Meeting, wo ich vielleicht vorher schon überlegt habe, dass es ein bestimmtes Ziel dabei geben muss? Also wir auch gerne sagen, idealerweise geht man nicht in ein Schurfix oder ein Meeting, ohne dass man weiß, was der neue Status nach diesem Meeting ist. Also man muss das ja irgendwie dann quasi angleichen können, wie hat das Ganze jetzt funktioniert während dem Meeting? Also es wird natürlich sehr schwer sein, etwas zu evaluieren, wenn ich einfach in ein Meeting gehe und sage, hey übrigens Team, wir haben morgen um 10 eine Besprechung und dann gehe ich einfach hin und sage, hallo, ja wir haben jetzt Besprechung und dann beginne ich einfach irgendwas zu reden, weil ich glaube, es war wichtig. Also man muss das natürlich irgendwie schon in einen Rahmen setzen, den man auch evaluieren kann. Aber primär würde ich sagen, geht es erstmal darum, zu verstehen, wie denn diese Dynamik vielleicht in einem Meeting läuft. Ja, diese Dynamik hat total viel in sich. Also wie du sagst, ich meine, man kann ja gut glücklicherweise in so einem Online-Meeting auch sehen, wie die anderen darauf reagieren. Ja, also sind die geistig nach zwei Minuten dann weg oder vielleicht schon früher oder vielleicht kannst du irgendwie die Aufmerksamkeit und Spannung über eine ganze Stunde lang halten mit deinen Themen, mit der Art, wie du sprichst, mit der Art, wie du die Einbindung der Teammitglieder gestaltest. Und dann würde ich aber auch dann schauen und man muss halt einfach immer schauen, was gelingt dir gut und was gelingt dir weniger gut. Und das könnte halt sein, wenn du dich einfach schon selber nicht verstehst in dieser Nachbetrachtung dieser Besprechung, ja dann musst du halt einmal schauen, woran das liegt. Das könnte auf der einen Seite eben daran liegen, über die Punkte, die wir gerade gebracht haben. Deine Sätze sind in dem Sinn nicht verständlich. Du machst ewig lange Schachtelsätze. Du erwähnst einfach immer nur die Hälfte und schluckst den Rest dann herunter. Oder du bist einfach so sprachlich nicht verständlich, weil so undeutlich sprichst zum Beispiel. Oder jetzt andere Dinge. Und dann gibt es Leute, die in jeden zweiten Satz 17 Ams einbauen und dann auch natürlich auf eine gewisse Art und Weise schwer verständlich sind. Und das ist einfach mal ein Thema, da funktioniert viel auch mal einfach über das Feststellen. Manche andere kennen wir, die haben irgendwie so ein Wort, auf das sie zurückkommen und das ist dann in jedem dritten Satz vorhanden. Und über das Meeting verteilt kann man dann fangen an die ersten auch schon an, Stricherlisten zu machen, wie oft jetzt das Lieblingswort vom Chef gerade wieder vorkommt in der Besprechung. Ja, und da ist er, finde ich auch der, dieser Schlüssel wieder dieser Selbstreflexion und dieses Erkennens, welche Schwierigkeiten es potenziell geben könnte, um das jetzt sehr offen zu formulieren. Und da hast du jetzt schon ein paar Dinge erwähnt, die finde ich gerade in der heutigen Welt halt einfacher und einfacher sind, es tatsächlich zu machen. Nämlich, wenn es ein Zoom oder ein Teams oder welche Programme es auch immer gibt, aufzunehmen. Also wie du es gesagt hast, sehr einfach nur mal eine Aufnahme zu machen von einem Meeting. Und dementsprechend auch das sich nochmal anzuschauen und dann zu überlegen, hat das, wie habe ich mich gefühlt währenddessen und wie ist es wohl angekommen, wenn ich mich jetzt in diese andere Rolle versetzt habe, wo ich quasi nur der Rezipient bin von dem, was da gesagt wurde. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt ist, wenn man das dann tatsächlich weiter führen möchte, ist, dass man immer auch offen sein muss für Feedback und in seinem Team durchaus auch nachfragen kann in Meetings, wo man denn das Meeting für alle besser machen kann. Also das ist ja wieder, ist ja so ein allgemeines Führungsverständnis irgendwie. Ich möchte ja nicht, dass mir selber das Meeting am meisten Spaß macht, weil ich kann nur Witze erzählen und kann ewig lange Monologe führen, weil dann ist man wahrscheinlich nicht im richtigen Job gelandet als Führungsgraft, sondern ja, dann macht man halt irgendwie Stand-Up oder Improv-Theater oder irgendwie sowas. Das heißt, es geht immer darum, wie bringe ich mein Team weiter. Wir haben ja einen Prozess, einen Arbeitsprozess, wir haben ja Ziele, die wir erreichen wollen. Das heißt, das ist der Marker, an dem ich sowas festmachen kann, ist dann mein Team. Dementsprechend macht das auch Sinn, würde ich sagen, die Menschen im Team zu befragen, so ja, wie kommunizieren wir deines Gefühls nach in diesem, weiß nicht, alle zwei wöchentlichen Schurfix. Kannst du deine Punkte anbringen? Wird genug quasi kommuniziert in der Gruppe? Beantworte ich genug Fragen? Leite ich genug an? Das sind ja sehr, sehr wichtige und spannende Dinge, die man aber tendenziell nur vom Team erfahren kann und wenn man das dann zusammensetzt mit den eigenen Überlegungen, die man sich gemacht hat, dann kann man da sehr schön das genau in seinem Werkzeugkoffer nehmen und sich damit sehr schön weiterentwickeln. Ja, du hast jetzt einen Punkt angesprochen am Schluss, der mir sehr wichtig ist, den ich noch sagen wollte. Wenn du im Team ja hoffentlich relativ heterogen bist, weil du dein Team besetzt mit Sachen, in denen du nicht so stark bist und dann dir Leute ins Team holst, die diese Flanken bei dir sozusagen gut absichern können und dort neue Impulse bringen, dann kann es halt gut sein, dass dieses Team sehr unterschiedlich ist und dann kann es sehr sein, dass du vielleicht in deiner Moderation einfach manche besser berücksichtigst als andere und dann einfach einmal schauen, schaffst du es, die Meinung von wem einzuholen, der vielleicht eher ein bisschen stiller ist oder vielleicht ein bisschen braucht. Kannst du das abholen? Kannst du irgendwie darauf Rücksicht nehmen, dass manche dir vielleicht einfach auch daher poltern und drüber fahren? Kannst du die halbwegs im Zaum halten, sodass die anderen auch zu dem kommen, was sie sagen wollen? Und damit, glaube ich, kannst du diese Diversität im weitesten Sinne, die dein Team ja hoffentlich ausmacht, gut berücksichtigen, sodass jeder einfach zu dem kommt, was er braucht, um seine Meinung zu äußern, seine Punkte irgendwie einzufordern, durchzubringen, aber auch überhaupt einmal vielleicht in manchen Fällen zu Wort zu kommen. Ja, super Punkt, finde ich. Also ich habe gar nicht daran gedacht, dass es ja sehr wohl auch auf individueller Ebene im Team diese Relevanz haben kann. Also dass man quasi das auch in das Verständnis einbaut, dass, naja, es gibt Menschen, die tun sich vielleicht schwer, wenn sie nicht direkt angesprochen werden, obwohl sie natürlich einen Beitrag leisten können und wollen, aber tun sich einfach schwer, in dieser Dynamik wieder etwas zu machen und andere können nicht aufhören, beizutragen, sondern glauben, wenn sie einmal quasi an der Reihe sind, dass sie dann einmal für fünf Minuten einfach durchgehend reden können. Und da ist, wie du es gesagt hast, der hilft wieder die Aufnahme auch eines Meetings, wo man dann irgendwie feststellen kann, okay, die Sprechzeiten waren nicht ideal verteilt oder die Sprechzeiten waren vielleicht so, dass dort zwar viel gesagt wurde, aber wenig dabei rumgekommen ist und vielleicht muss man das dann ein bisschen anders moderieren, wie du es ja gesagt hast. Also da geht es ja um, das sind eine Moderationsfragen, wo ich dann sage, ja, komm zum Punkt bitte, weil wir wollen zur nächsten Agenda, nächsten Agenda-Punkt kommen. Und das sind aber, finde ich, sehr schöne Gedanken auch, die halt, da kann man viele, viele Ebenen irgendwie abdecken, je nachdem, wie weit man halt in diesen Prozess hineingeht. Und wie immer, was, glaube ich, wir beide sehr gerne sagen, ist, dass es einfach dafür ein Verständnis mal geben muss, in der eigenen Führung, in der eigenen Führungsposition, was es denn heißt, quasi Führungskraft zu sein. Also wir haben jetzt so viele Beispiele, glaube ich, in der Folge gesagt, dass man einfach feststellt, dass das eine ganz spezielle Rolle ist, die aber immer vom Team abhängt. Das heißt, das ist nicht so, dass man als Führungskraft dann irgendwie drüber steht und quasi dann alles durchbestimmt, nämlich auch, was die Kommunikation angeht, dass man, dass erwartet wird, dass man irgendwie 20 Minuten Monologe hält in jedem Meeting. So, eben nein, es geht darum, dass wir ein Ziel haben mit dem Team, wir wollen, dass alle sinnvoll arbeiten können, wir wollen, dass alle erfolgreich sind, wir wollen diese Ziele erreichen. Und dann stellt man sich die Frage, ja, okay, wie komme ich dorthin? Okay, wenn ich diese Meetings mache, wie befördere ich das gesamte Team vorwärts in einem Meeting? Und das wird tendenziell nicht darauf hinauslaufen, dass ich 30 Minuten alleine rede, sondern das wird genau darauf hinauslaufen, dass ich entsprechende Rückfragen stelle, dass ich anleite, dass ich alle, mein unterschiedliches Team, wie das gesagt ist, mit den Expertisen, alle zu Wort kommen lasse, die entsprechend verknüpfe, die unterschiedlichen Expertisen und vielleicht, das ist vielleicht noch ein interessanter Punkt, ich als Führungskraft noch am ehesten übersetze das, was die eine Expertengruppe der anderen Expertengruppe sagen möchte, dass wir eigentlich auch eine Führungsaufgabe in so einem Meeting, diese Übersetzungsarbeit zu machen in der Kommunikation. Weil vielleicht sind das zwei Bereiche eines großen Teams, die sehr speziell sind und dann ist eigentlich meine Aufgabe, die zu verknüpfen. Das ist nicht die Aufgabe dieses eines, dieses einen Experten-Teams, dem anderen Experten-Team irgendwas klar zu machen, sondern ich bin die Brücke als Führungskraft und muss ja das gesamte Team erfolgreich machen. Das heißt, ich muss so kommunizieren, dass das klar wird, was die einen wollen und worauf sie hinaus wollen mit ihren Punkten zum Beispiel. Und das ist auch eine Perspektive, die muss man erstmal erreichen, kann man aber natürlich auch mit einer entsprechenden Analyse schaffen. Kann man ganz bestimmt. Und ich möchte nochmal einen kleinen Input geben zu diesem Rollenthema, was du angesprochen hast. Und wir haben am Anfang schon gesagt, du hast halt diese Rolle der Führungskraft und du hast die Rolle der Moderation, aber das muss ja überhaupt nicht der Fall sein. Und ich finde, es ist eine sehr schöne Art und Weise, diese Verantwortung ans Team zu übertragen, dass man beispielsweise bei einem Schuhfix irgendwie so eine rollierende Moderation macht. Dass die Teammitglieder die Moderation übernehmen, immer mal ein anderer. Erstens ist das eine wunderbare Gelegenheit, auch die ins Üben reinzukommen zu lassen, um dort entsprechend Erfahrung zu sammeln und auch einen ganz anderen Zugang vielleicht zu diesen Themen zu bekommen. Und gleichzeitig entlastest du dich selber und nimmst die Moderation von dir weg und kannst dich wirklich mehr auf deine Rolle als Führungskraft konzentrieren und musst nicht diese beiden Hüte gleichzeitig aufhaben, die immer wieder Komplikationen in solchen Besprechungen mit sich bringt. Und das ist eine sehr einfache Übung und am Ende des Tages bringt es hoffentlich allen etwas, die neue Erfahrungen sammeln können und dir als Erleichterung in deiner Besprechungstätigkeit. Ja, finde ich auch einen super Punkt. Ich meine, da kann man vielleicht auch nochmal eine spezielle Folge machen über diese ganze Rollenverteilung in so Besprechungen, weil das ist auch irgendwie so ein eigenes Führungsverständnis, wo ja nicht nur das von Joko das Decentralized Command so ein bisschen hineinfällt, aber auch dieses ganze Empowerment, wo wir halt auch gern drüber reden, ist, dass es, du musst halt die Möglichkeit Team Mitgliedern geben, dass sie halt Verantwortung für irgendetwas übernehmen. Und solche Meetings sind halt, finde ich, eine sehr schöne niedrigschwellige und Anführungsstrichen Möglichkeit zu sagen, hey, weißt du was, du leitest jetzt mal diese Besprechung, weil wir reden jetzt primär über euer Arbeitspaket zum Beispiel. Und das ist aber dann eine sehr schöne Sache für dieses Arbeitspaket oder für dieses Team, weil sie dann sehen, hey, cool, wir werden wertgeschätzt und wir können auch irgendwie unsere Expertise mal zeigen. Und wenn man das dann rotiert, wie du es gesagt hast, wird es ja umso besser. Dann kommt da eine sehr schöne Dynamik rein, die tatsächlich sehr viele Führungsprinzipien trifft mit eben Decentralized Command, wo einfach jeder weiß, wenn es ein Problem gibt, dann gibt es dort die Experten und die werden sich dann darum kümmern. Und wir wissen auch, wo wir hingehen, wenn irgendwas schiefläuft. Und ich weiß auch, dass alle Verantwortung übernehmen können, weil sie ja schon mal durchmoderiert haben. Also es ist ja quasi für das Team selbst auch gut zu sehen, okay, die, an die kann ich Vertrauen schenken oder ich vertraue dem Teil des Teams, weil die Moderation haben sie toll gemacht. Und vielleicht da noch als Abschluss zu dieser Rollenverteilung und es wäre vielleicht eine eigene Folge tatsächlich wert, ist dass auch hier eine sehr schöne Aufgabe für eine Führungskraft drin ist, nämlich dem Team helfen, diese Moderation gut zu machen. Weil wieder, wir gehen ja, wir können nicht davon ausgehen, dass wir irgendwie aus einem Team zwei Menschen nehmen und sagen, ja übrigens, ihr moderiert nächste Woche, dass die beiden sofort dann sagen werden, ja klar, weiß ich, weiß ich, wie ich ein Schuhfix durch moderiere. Und da ist jetzt wieder das Schöne, da kommt die Führungskraft und kann sagen, hey, ihr macht die Moderation, wie habt ihr euch das vorgestellt, was würdet ihr gerne machen und dann einfach ein bisschen dieses, diese Metapher, die wir schon ein paar Mal bemüht haben, dass die Führungskraft quasi hinter diesem Team steht und das Team versucht zu pushen und nicht vorne zu ziehen. Und das kann man ja in so einer Möglichkeit auch super umsetzen und Unterstützung anbieten für dieses Team. Ja, genau. Man kann einfach wie immer sehr individuell das gestalten. Manche aus der alte Hasen, die können das problemlos und du hast vielleicht irgendwie andere, die in dieser Rolle einfach noch nie waren und dann kannst du dir ein bisschen mehr anleiten als die anderen und das ist sicher ein Führungsstil, der zum Erfolg führen wird. Ja, war eine gute Runde, glaube ich, über ein bisschen Kommunikation, über ein bisschen Struktur bringen, über Abwechslung in Meetings hineinbringen, mit dieser Rollenverteilung und viele, viele andere Punkte, die hoffentlich hilfreich sind. Ja, genau. Und auf das Thema werden wir sicher nochmal zurückkommen, dass es sehr spannend gibt, viele Nuancen, die man gleich nochmal besprechen kann. Ganz genau. Freue mich schon drauf und wünsche euch noch einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dann. Bis dann.